Herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal. Hier heute zu einem Leak von einer Session aus unserer Masterware. Also hier heute sozusagen wirklich purer Value. Ihr bekommt sozusagen einfach einen einzelnen Baustein, nämlich einen Baustein, ich erkläre es auch gleich nochmal in der Session, wenn ihr sie gleich seht, den man sehr, sehr krass als Directional Bias nutzen kann. Und wirklich, wenn man den Baustein richtig nutzt und vielleicht auch die zwei richtigen Forex Power, beziehungsweise in den Indizes oder in Rohstoffen funktioniert das natürlich genauso miteinander kombiniert, dann hat man wirklich teilweise das Gefühl, dass man die Märkte vorhersagen kann. Also ob man so, wie sich viele Trader wünschen, so eine Glaskugel hat, in die man reinschauen kann und dann ganz genau sehen kann, was sozusagen in Zukunft passiert. Und das Gefühl habe ich manchmal, wenn ich diese Daten, wenn ich diese VPI-News sozusagen verwende. Also es wird sozusagen, wenn man das als Directional Bias nimmt, wird es einfach schwer, kein Geld im Markt zu verdienen. Also euer Signal, euer Point of Interest und so weiter kann noch so schlechter sein. Wenn ihr so ein krasses Directional Bias habt und erstmal grundlegend immer auf der richtigen Seite des Marktes seid, dann wie gesagt kann euer Signal, euer Point of Interest schlechter sein, aber ihr werdet trotzdem Geld verdienen. Wie gesagt, es wird wirklich schwer, kein Geld dann an den Märkten zu verdienen. Der, schaut euch die Session gerne an. Wie gesagt, ist eine Session aus unserer Mastery, die ich euch jetzt hier einfach zur Verfügung stellen möchte. Und genau, dann viel Spaß. So, also wir schauen uns jetzt hier sozusagen einfach mal den DXY an, also sozusagen den US-Dollar. Also sozusagen einfach nur der Kurs hier des reinen US-Dollars. Also sozusagen, sonst schaut ihr euch ja wahrscheinlich meistens hier die Pairs an, sozusagen den US-Dollar zu irgendwas. Aber das hier ist sozusagen einfach der reine Preis des US-Dollars. Das gibt es so, by the way, zu jeder Währung. Hier an der Seite sind wir das. Das gibt es für den Euro, für den Pound, für den australischen Dollar, für den schweiz-Dollar, für den Yen und natürlich auch den Neuseeland-Dollar. Genau, soweit da ist es erstmal ein bisschen cleaner, das sozusagen zu bewerten. Aber wir gehen dann natürlich auch gleich nochmal in die Forex-Paare rein und schauen uns da die Auswirkungen an. So, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen Vorarbeit geleistet, dass wir das jetzt hier gleich einfach nicht machen müssen, sondern dass wir einfach durchgehen können. Ich habe jetzt hier sozusagen gesehen, das schon immer, wenn sozusagen hier der VPI, der Verbraucherhäuserindex, aktualisiert wird, beziehungsweise neu rausgekommen ist, neu veröffentlicht wurde von der USA, von den United States. Hier sozusagen so eine vertikale Linie gesetzt und erstmal so die wichtigsten Daten gesetzt. Sozusagen einmal, was erwartet wurde und das letztendliche Ergebnis. So, wir wissen jetzt, wenn wir nochmal ganz kurz reingehen, wissen wir, wenn der VPI höher als erwartet kommt, wird grundlegend erstmal erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen erhöht, um die Inflation zu kontrollieren, was damit erstmal positiv für die jeweilige Währung ist, weil höhere Zinsen die Währung aufwerten. Wie gesagt, zieht Investoren an und so weiter. Es wird teure Kredite zu nehmen, es wird Geld aus dem Umlauf gezogen und so weiter. Wie gesagt, schaut euch dann auf jeden Fall nochmal das erste Video an, wenn ihr das noch nicht ganz verstanden habt. Das heißt, jetzt hier an der Stelle, das war jetzt hier am 11. Januar, am 11. Januar, wenn wir da ganz kurz mal schauen, sogar sozusagen auf die Seite kommt ihr ganz einfach, wenn ihr sozusagen bei Google einfach eingibt, USA, VPI, dann gibt es ganz viele Seiten, die das anzeigen. Ich nehme mir halt meist Investing.com, die zeigen das hier immer sehr übersichtlich an. Und jetzt habe ich es schon wieder vergessen, bei was waren wir? Wenn wir uns hier nämlich mal anschauen, 11. Januar, 11. Januar, sehen wir hier, sozusagen war er vorherisch bei 3,1%. Die Prognose waren 3,2% und letztendlich war er dann sogar, es hat dann veröffentlicht worden, sogar bei 3,4%, also höher als erwartet. Heißt sozusagen extrem positiv für sozusagen den Dollar. Und wenn ihr dann halt auch seht, was dann hier nachfolgend passiert ist, hätte man dann einfach nur das sozusagen als Directional Buyers verwendet und hätte sozusagen erstmal grundlegend sozusagen in diese Richtung sozusagen getradet. Weil das ist ja ein Baustein, wenn ich hier ganz kurz sozusagen hier mal und nochmal unsere Komponenten einblende immer wieder. Ist das jetzt kein Baustein, nachdem man logischerweise blind tradet. Okay, sobald das Ganze veröffentlicht wird, geht man einfach blind long. Also könnte man wahrscheinlich machen. Weiß ich nicht, wie das performt wird, da habe ich so nie getestet. Das heißt, wir nehmen das logischerweise nicht blind einfach als Signal, sondern natürlich optimalerweise hier als Directional Buyers setzen. Das hier als Baustein bzw. als Point of Interest gibt es wahrscheinlich auch einige Möglichkeiten, das zu verwenden. Aber natürlich die einfachste Möglichkeit ist, erstmal das als Directional Buyers einsetzen und zu sagen, okay, wenn jetzt die letzt veröffentlichten Daten des VPs sozusagen positiv waren, vielleicht auch extrem positiv, jetzt hier einen Überschuss von 0,2% sind dahingehend schon nicht wenig, sage ich mal, dass das natürlich dann für den US-Dollar extrem positiv gewertet wird und natürlich auch in den Währungen verwendet werden kann. Vor allem, wenn man dann zum Beispiel sieht, dass man hier den US-Dollar japanisch-Yen anschaut und dann zum Beispiel sich parallel auch die Daten, ihr seht das schon, was wir auch gleich machen werden, zum japanischen Yen anschaut und dann zum Beispiel sieht, dass im japanischen Yen in gewissen Zyklen genau das Gegenteil passiert, dass sozusagen während der US-Dollar hier extrem stark ist, der Verbraucherpreisindex sozusagen steigt und dann im Yen, also in Japan sozusagen, der Verbraucherpreisindex fällt und das damit die Währung extrem schwach macht und der US-Dollar im Gegensatz extrem stark wird, dass dann genau das Gegenteil passiert, dass man das natürlich extrem krass als Directional Buyers hier verwenden kann und dann hier erstmal eine grundlegende Richtung hat sozusagen. Wenn man halt wirklich so ein gutes Directional Buyers hat, dann einen relativ, man kann sogar ein scheiß POI haben und ein scheiß Signal haben, wenn man einfach dann sozusagen grundlegend mit dem Directional Buyers die richtige Richtung ausmacht, wird es halt schwer, kein Geld zu verdienen. Es wird echt schwer, dann Geld zu verlieren und halt hier, wenn man hier nur nach Longtrades geschaut, hier nach Sweeps oder sonst was, ihr seht das ja hier, was man hier halt hätte für krasse Trades, das ist jetzt hier ein bisschen zu breit der Stift, aber hätte man jetzt hier so beispielsweise halt sozusagen nur die Sweeps hier immer wieder nach oben getradet. Und wie gesagt, es muss dann kein kompliziertes System sein, sobald wir hier irgendwo sozusagen hier drunter rein streben, immer nur wieder die Sweeps nach oben. Hier das Gleiche, immer wieder die Sweeps nach oben. Wäre es halt, ist es halt sehr, sehr schwer, wie gesagt, da Geld zu verlieren. Wie gesagt, wenn man das natürlich, wie gesagt, nicht blind danach traden, aber das halt wie gesagt mit dem richtigen Point of Interest, mit Orderblöcken, mit Liquiditätsbereichen, so wie wir das in unserem HT-System machen, whatever, gibt es ja so viele verschiedene Baustellen, die wir halt hier als Point of Interest verwenden können. Dann mit einem geilen Signal, wie wir beispielsweise auf einer kleineren Zeiteinheit mit einem Orderflow wechseln, mit einem Trigger-Level, mit einer Trendlinie, mit einem Indikator, wie das wir sagen, boah, keine Ahnung, sobald wir hier unten, sobald wir hier drunter sweepen und hier im Moving Average auf einer kleineren Zeiteinheit drüber steigen, gehen wir long rein, whatever, gibt es so viele Möglichkeiten, das Ganze dann sozusagen zu verwenden. So, aber wir sehen dann auf jeden Fall, hier, der Frauepreisindex extrem, extrem, also der US-Tolland natürlich daraufhin extrem, extrem gestiegen. Wir sehen natürlich das Gleiche, dass das halt logischerweise auch nicht der heilige Kral ist, sondern dass man das natürlich auch langfristig sehen muss. Wir sind jetzt hier aktuell im Zwei-Stunden-Chart, sehen jetzt hier die, ja, veröffentlicht, oder der Verbraucherpreisindex wurde jetzt hier mehrere Male immer weiter übertroffen. Das ist dann natürlich dann nicht nur blind einfach nach oben steigt, ist logisch, dass der Markt auch dann hier, nachdem er halt so extrem gestiegen ist, auch irgendwann mal wieder korrigieren muss und hier einfach, ja, unter ein paar Liquiditätspunkten, es waren jetzt hier gerade mal zwei Liquiditätspunkte, Liquidität holt und dann hier direkt sozusagen wieder der Verbraucherpreisindex höher rauskommt, als erwartet, sozusagen extrem Pussy von den US-Dollar und dann hier sozusagen der nächste Push kommt, hier weiter trendet man, hier hätte auch wieder die ganzen Sweeps sozusagen long traden können, sobald wir hier irgendwo, wenn ich das hier nochmal kurz ein bisschen übersichtlicher mache, sobald wir dann hier ein bisschen ranzoomen wieder, sobald wir dann hier sozusagen, ja, irgendwo drunter sweepen und hier einfach long traden, es wird halt wirklich schwer in solchen Phasen, wenn man dann das richtige Directional Bias hat, halt, ja, kein Geld zu verdienen. Genau, das heißt dann sozusagen hier auch weiter gestiegen, hier auch wieder extrem positiv rauszukommen, weiter gestiegen und dann hier an der Stelle hat es dann schon angefangen, das sieht man auch abzuflachen, das kann man auch extrem, by the way, sehr, sehr krass zu einem einen mit natürlich Saisonalitäten kombinieren, vor allem mit den Indizes und den Rohstoffen und zum anderen natürlich auch nicht nur mit den Saisonalitäten, sondern natürlich auch mit unserem Big Money Decode, also im Sprich mit den COT-Daten, wo man wirklich schwarzerweise sieht, was die Big Player machen, weil die natürlich da nochmal wahrscheinlich ein paar mehr Einblicke haben, ein paar tiefere Einblicke haben oder wenn nicht ein tieferer Einblicke, auf jeden Fall ein tieferes Verständnis über die ganze Wirtschaft haben als wir und wahrscheinlich mehr sagen können, mehr partizipieren können, wie jetzt in Zukunft sich hier der VPI genau, ja, verhalten wird, weil wir können nichts anderes machen, als halt sozusagen die vergangenen Werte zu nehmen, ganz genau zu schauen, okay, was ist in der Vergangenheit bei den jeweiligen Werten sozusagen passiert, wir wissen, okay, wir sind immer weiter gestiegen und halt zu schauen, okay, was hätte in diesen Phasen funktioniert und sozusagen basierend darauf, uns Muster zu suchen, wie wir das hier gerade machen und halt sozusagen, ja, darauf sozusagen ein System zu bauen, weil unsere Muster ist jetzt ganz klar immer hier, was direkt ins Auge fällt, dass wenn wir hier steigende VPI-Daten haben, dass wir hier extrem, extrem krass die Liquiditätsstreps traden können, es wird immer Liquidität in die Liquiditätsbereiche gebracht, logisch, viele große Investoren, viele Banken wollen natürlich dann in den US-Dollar investieren, wenn sie sehen, okay, der Verbraucherpreisindex ist hoch, das heißt, was passiert logischerweise, wenn die Big Player investieren wollen, ist, der Markt geht logischerweise, wenn da das große Geld reinkommt, geht er in Bereiche, wo das große Geld long reinkommt und wo sind die Bereiche, wo das große Geld long reinkommt, logischerweise unter Tiefs, da, wo die ganzen Stop Loss von den ganzen Retailern liegen, darum macht er dann halt sowas, fischt die ganze Retailer raus, hier unten haben dann verschiedene Big Player die Möglichkeit halt wirklich ihre riesigen Positionen in der Marke zu ballern, dann passiert halt genau immer wieder sowas aus diesen ganzen Lows heraus, auch wieder genau das gleiche Minimal und dieses Low gedippt hier und dann, pam, hier wieder mit dem nächsten, mit dem nächsten Race. So, hier hat das Ganze aber dann schon angefangen abzuflachen, wir sehen dann auch hier, ist der VPI-Wert dann hier mehr oder weniger stagniert, sozusagen ist dann hier wie erwartet rausgekommen, dann werde ich das sozusagen einfach hier als Null, als neutral, nichts weiter passiert, ihr seht auch hier im Großen und Ganzen eher leicht abfallen, bis seitwärts bewegt. Dann aber ab dem Punkt hier, ab dem sozusagen 12. Juni, können wir auch nochmal ganz kurz überprüfen, ab dem 12. Juni sehen wir, ist der VPI denn angefangen oder hat der VPI angefangen, ist der VPI angefangen sozusagen hier zu fallen. Prognose waren 3,4%, sozusagen gleichbleibend wie hier zuvor, er ist aber auf 3,3% gefallen, was dann natürlich, wie wir wissen, genau das Gegenteil, extrem negativ für den Dollar ist. So, das ist jetzt natürlich wieder der Punkt, dass das natürlich nicht sofort gleichblind funktioniert, weil klar, alle Retailer haben hier wahrscheinlich erstmal verkauft, aber meist, vor allem nach der langen Periode, wenn er genau das Gegenteil macht, weil er das sehr oft, dass wir dann teilweise erstmal genau das Gegenteilige machen, wir erstmal eine Weile noch steigen, Liquidität hier überall holen, über den Lows die ganzen Retailer verwirren, die ganzen Retailer sozusagen raushauen, aus dem Markt schmeißen und wir dann sozusagen, dann erst die richtige Auswirkung des Marktes dann hier sehen, wie wir das hier auch wieder sehen, dann wieder angefangen zu fallen, hier sind sozusagen die nächsten VPs auszukommen, auch wieder schlechter als erwartet und das ist auch genau der Grund, wie gesagt, warum man nicht danach blind traden sollte, sondern das natürlich auch mit anderen Dingen kombinieren sollte, wie zum Beispiel, hätte man das als Directional Buyeres genommen und das Ganze zum Beispiel hier noch zusätzlich mit einem Strukturbaustein sozusagen kombiniert, dann hätte man hier auch wahrscheinlich, trotz dessen, dass man hier vielleicht erstmal einen Short Directional Buyeres aus den VPI Daten bekommen hätte, keinen Short Trade gemacht, weil wir hier erstmal noch komplett, ja, long eingestellt waren, die ganze Zeit, bis wir dann sozusagen hier oben drunter gebrochen sind, sozusagen hier, wie gesagt, wenn wir jetzt hier den Directional Buyeres einmal sozusagen beispielsweise die VPI Daten nehmen, wie wir das hier gerade machen und dann zusätzlich sozusagen hier als Directional Buyeres das noch mit einem Trendbaustein kombinieren, hätten wir sowieso erst ab hier sozusagen irgendwo Short Signale gesucht und dann, ja, eh voilà, seht ihr, was dann hier passiert ist, so hier wieder genau das gleiche, was ja auch wieder funktionieren hätte, Liquiditäts Sweeps, wir holen hier Liquidität, holen hier Liquidität und dann Ciao, haben hier Liquidität über dem High geholt, Ciao, haben hier Liquidität geholt, dreimal, dann wieder das gleiche, Ciao nach unten, genau das gleiche, dann hier Liquidität geholt, hier Liquidität geholt, getankt und dann hier ein Abfall, jetzt hier zum, zum, ja, Abschluss der Woche. Also wie gesagt, aber die meisten, ich frage mir hier keine, keine Futures oder sonst was, sondern halt Seafedies, beziehungsweise das funktioniert logischerweise überall, ähm, naja wollen wir das Ganze natürlich uns jetzt hier auch noch mal in den Forex Partner anschauen, so da habe ich ja natürlich gesagt, ist es natürlich praktisch, beziehungsweise ist die Session jetzt hier schon wieder elf Minuten, wir machen es einmal so, wir haben uns jetzt hier einmal für den Dollar angeschaut, beenden die Session ja einmal, dass wir, wenn wir ein paar kürzere Sessions haben, immer, die nicht immer so lang gehen, äh, beenden die Session ja ganz kurz, und dann schauen uns jetzt hier gleich in der nächsten Session an, auf jeden Fall mal, äh, ein, zwei Währungspaar an. So, ich hoffe, euch hat die Session gefallen, also, wie gesagt, wenn ihr das Ganze richtig, diesen Baustein richtig in euer Trading System integriert, dann wird es auf jeden Fall schwer, kein Geld an den Märkten zu verdienen, oder umso schwerer, kein Geld an den Märkten zu verdienen, das ist ja genau das, was wir im Prinzip wollen, ist uns so leicht wie möglich zu machen, an den Märkten, also fast unmöglich zu machen, an den Märkten kein Geld zu verdienen, ähm, ja, wie gesagt, die Session ist bei uns in der Mastery, einmal hier, ich sage mal kurz zeige, ist hier sozusagen, die Kamera ja wieder komplett falsch fokussiert, äh, muss ich jetzt hier auch irgendwie das Mikro halten, damit ich jetzt eine Hand frei habe, genau, ist das hier sozusagen bei uns in den Bausteinen, in den Mustern sozusagen drin, wie viele von euch wissen ja, wir haben die Mastery, wenn man das Intro rausnimmt, in sozusagen vier Bereiche eingeteilt, haben hier sozusagen diese ganzen Bausteine, die Muster, das Systembildung, dann haben wir hier die ganzen Trading Systeme, und dann sozusagen das Trader Building, wo es sozusagen um Trader geht, ähm, wo es um dich als Trader geht, und wie gesagt, im ersten Teil, aber bei den Bausteinen, den Mustern, ist sozusagen diese Session, dieser Bausteine mit drin, da habt ihr sozusagen noch viel mehr von diesen Baustellen, wir haben da eine Menge, Menge, Menge solcher Bausteine, die teilweise noch viel, viel krasser sind, als jetzt wie gesagt, der Baustein, den ihr hier gerade gesehen habt, ähm, und bauen uns sozusagen in diesem ersten Modul, in der Mastery, erstmal so mehr oder weniger, einfach erstmal die Werkstatt, das Lager, und vor allem die Garage auf, womit wir dann sozusagen die Trading Systeme bauen, weil bei uns geht es sozusagen darum, nicht nur einfach irgendwie ein Trading System zu lernen, oder sonst was, wie es bei den meisten der Fall ist, sondern bei uns geht es ja wirklich darum, wirklich unabhängig zu werden, indem man lernt, eigene Trading Systeme mit seiner eigenen Werkstatt, seinem eigenen Lager zu bauen, und sozusagen das ist sozusagen ein Baustein, den ihr sozusagen von unserem Anfang, für euer Lager sozusagen mitbekommt, mit dem ihr dann sozusagen in Zukunft eure eigenen Systeme bauen könnt, weil allein, wie gesagt, ich habe das ja gesehen, aus dem Baustein kann man wahrscheinlich so krass viele Dinge machen, mit den Liquiditätsstreeps, mit einem Strukturbaustein, in diese Richtung zu traden, auf einer kleineren Zeit dann halt, oder, 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 also ich hätte, alleine ich hätte wahrscheinlich nur mit einem, diesem einen Baustein so viele Ideen, und wenn man dann natürlich noch eine Menge mehr solche Bausteine hat, und vor allem, wie ich es auch in der Session gesagt habe, anfangen diese Bausteine miteinander zu kombinieren, wird wirklich krasser Scheiß möglich. Bloß hier jetzt auch nochmal der Hinweis, dass die Mastery am Sonntag für immer geschlossen wird. So wie gesagt, das ist auch kein Marketing-Move oder sonst was, die Mastery wird es so direkt nie wieder geben, wir schließen unsere Tore da wirklich für immer. Bis Sonntag wirklich die letzte Chance, der Mastery beizutreten, und das Ganze sozusagen, diese ganzen Bausteine, die ganzen, wir haben jetzt über 8 Trading-Systeme in der Mastery, unter anderem unserem Big-Money-Flow-System, was auch unter anderem mit dem Baustein sehr, sehr gut funktioniert, mit einer fast 70-prozentigen Trefferquote, bei einem durchschnittlichen CAV von 1,5. Also ein wirklich absolut krasses System ist, das ist by the way ein Higher-Time-Frame-System, eins von den 8 Systemen, wie gesagt, was wir auf H4 traden, also perfekt für neben dem Job, haben wir aber natürlich noch weitere, viele weitere Systeme in der Mastery, teilweise auch Scalping-Systeme, auf kleineren Zeiten, in der Minuten-Chart, und, also er ist auf jeden Fall wirklich für jeden was dabei, aber das ist ja wie gesagt nicht das Grundlegende, worum es bei uns in der Mastery geht, sondern wir zeigen ja bloß, wie wir diese Systeme bauen, klar könntet ihr die Systeme auch für euch selber verwenden, aber der Hauptgrund, worum es ja bei uns in der Mastery geht, dass ihr anhand, dass wir euch anhand dieser Systeme zeigen, wie wir unsere eigenen Systeme bauen, und sozusagen diese Fähigkeit bei euch implementieren, weil wie gesagt, einzelne Trading-Systeme, wenn wir euch nur die Trading-Systeme geben würden, die würden mit der Zeit gehen, so kein System funktioniert für immer, die Märkte verändern sich ständig, das heißt, es wäre nur eine Frage der Zeit, bis ihr sozusagen, ja kein Geld mehr im Trading verdienen würdet, das heißt, ein einzelnes Trading-System bringt euch nicht langfristig weit im Trading, weil das kann euch von den Märkten genommen werden, ein Trading-System, aber die Fähigkeit, eigene Systeme zu bauen, und immer wieder an den Markt, sich immer wieder an den Markt anpassen zu können, diese Fähigkeit kann euch keiner mehr nehmen, keiner, so, mit der Fähigkeit seid ihr unter anderem, vor allem auch so extrem wertvoll, für verschiedene Investoren, es wird kein Geld, kein Problem mehr für euch sein, euch auch in Zukunft, mit dieser Fähigkeit Geld von irgendwelchen Investoren zu besorgen, wenn irgendwann mal alle Fremdkapital, einbieter sonst was ausradiert sein sollten, weil ihr halt wirklich einfach komplett unabhängig seid, der wie gesagt, unten in der Beschreibung ist auf jeden Fall, die Website von unserer Mastery nochmal verlinkt, wie gesagt, bis Sonntag jetzt, 22. September, ist noch die Chance, hatten wir noch die Chance, unserer Mastery beizutreten, was dann in Zukunft für Projekte kommen, mal sehen, wir werden uns erstmal auf uns Trading fokussieren, ich habe noch komplett andere Projekte, private Projekte, meine anderen Firma Projekte und so weiter, daher schauen wir mal, aber bis Sonntag, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, noch beizutreten und genau, dann auf jeden Fall, je nachdem, wenn ihr das Video seht, wünscht euch noch einen geilen Tag, einen geilen Abend, wie auch immer, wir hören uns dann spätestens im nächsten Video.